Hallo liebe Astro-Freunde und herzlich willkommen zum ersten Teil meines Specials über Chiron Entdecke deinen inneren Heiler. Wobei Chiron viel mehr ist als unser innerer Heiler. Er ist zugleich auch unser Wunderpunkt im Leben und unsere innere Wachstumsaufgabe. In diesem ersten Teil werde ich euch mit der Mythologie und der Bedeutung Chirons in all ihren Facetten vertraut machen und ihr bekommt ein Geschenk von mir. Im zweiten Teil des Specials gehe ich dann darauf ein, welche Entwicklungschancen der Chiron-Transit durch den Widder für euer Sternzeichen mit sich bringt. Chiron ist ein faszinierender astrologischer Faktor. In der Mythologie ein geheimnisvolles Wesen zwischen Pferd und Mensch und astronomisch ein Himmelskörper zwischen Planetoid und Komet. Ein Wandler zwischen den Welten, ein Brückenbauer und ein ewiger Außenseiter. Es ist faszinierend, sich anzuschauen, wie es zu der Deutung Chirons kam. Da greifen Mythos und Wissenschaft wunderbar ineinander. Chiron wurde 1977 entdeckt als kleiner, knollenförmiger Himmelskörper, der auf einer recht exzentrischen Bahn zwischen Saturn und Uranus unterwegs ist. Er braucht ziemlich genau 50 Jahre für einen Umlauf um die Sonne. Aufgrund seiner elliptischen Bahn ist seine Verweildauer in den Sternzeichen sehr unterschiedlich. Im Moment befindet er sich an seinem sonnenfernsten Punkt, ist über sieben Jahre durch die Fische gelaufen und wird jetzt auch etwa sieben Jahre lang durch den Widder laufen. Durch die Jungfrau und die Waage läuft er dagegen nur eineinhalb bis zwei Jahre. Sein Name Chiron entstammt der griechischen Mythologie. Dabei orientierte man sich an den anderen Planeten unseres Sonnensystems, die alle nach griechischen Götterfiguren benannt sind, auch wenn sie deren lateinische Namen tragen. Und er bekam ein sehr interessantes Symbol, das an die Form eines Schlüssels erinnert. Von Anfang an haben sich die Astrologen für diesen Himmelskörper besonders interessiert und sofort angefangen, ihn zu erforschen. Man ließ sich anregen von der mythologischen Bedeutung der Figur des Chiron und erforschte die Position von Chiron in Horoskopen berühmter Menschen und aktueller Ereignisse. Bei der Recherche zu diesem Special habe ich einen sehr schönen Beitrag über Chiron gefunden von einem Journalistenkollegen namens Ulrich Arndt. Er spricht im Zusammenhang mit Chiron von Evolutionsagenten und das finde ich absolut genial. Ich zitiere mal, in der Astrologie symbolisiert Chiron die Heilkundigen, Lehrer und andere Evolutionsagenten, also all diejenigen, die in irgendeiner Weise die Evolution des Bewusstseins und die Heilung auf diesem Planeten unterstützen, egal in welcher Weise sie das tun. Vielen Dank für diese tolle Anregung. Den Artikel verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Wie Chiron im persönlichen Horoskop steht, ist also besonders wichtig und interessant für alle, die sich mit Heilen und Helfen beschäftigen. Heiler, Mediziner, Berater, Coaches, spirituelle Medien, aber auch Sozialarbeiter, Umwelt- und Friedensaktivisten. Und für jeden ganz privat, der nach der Heilung eines gesundheitlichen oder psychologischen Problems strebt und darin die Chance auf persönliche Weiterentwicklung erkennt. Chiron ist der verwundete Heiler im Horoskop. Er zeigt uns unseren persönlichen wunden Punkt an. Das kann ganz konkret auch eine körperliche oder gesundheitliche Schwäche sein. Dieser wunde Punkt dient dazu, dass wir weise werden und unsere eigenen Schwächen und die Schwächen anderer akzeptieren lernen. Wenn wir das erreicht haben, fließen uns Heilkräfte zu, mit denen wir anderen helfen können. Viele Heiler haben Chiron im persönlichen Horoskop sehr stark gestellt und moderne Astrologen ordnen ihnen dem Zeichen Jungfrau zu. Es ist also kein Zufall, dass sein Symbol an einen Schlüssel erinnert. Wenn ihr Chiron in eurem Horoskop in einer Schlüsselposition stehen habt, seid ihr wahrscheinlich selbst als Evolutionsagenten unterwegs. Jetzt möchte ich euch ein bisschen mit der Mythologie der Figur des Chiron vertraut machen, denn die ist sehr aufschlussreich. In den griechischen Göttersagen ging es wild zu. Da wurde gekämpft, geraubt, gemordet, geliebt und betrogen und natürlich jede Menge Magie ausgeübt. Ich habe diese Göttersagen als Jugendliche regelrecht verschlungen und fand die total spannend. Das hat mich sozusagen schon früh auf das Studium der Astrologie vorbereitet, denn viele der psychologischen und archetypischen Deutungen der Planeten sind inspiriert von den griechischen Götterfiguren, die ihnen die Namen gegeben haben. Der Vater von Chiron ist laut der Mythologie niemand anders als Saturn unter seinem griechischen Namen Kronos und der hatte eine Affäre mit einer Nymphen namens Philyra und näherte sich ihr in Gestalt eines Hengstes. Aus dieser Verbindung entstand Chiron, der als Zentaur geboren wurde, als Mischwesen zwischen Pferd und Mann. Die arme Mutter war so entsetzt darüber, dass sie das Kind verstieß und aussetzte und Chiron wurde dann vom Sonnengott Apollon und Mondgöttin Artemis aufgezogen. Er war also von Anfang an ein Außenseiter und Verstoßener, was schon wichtig ist für die Deutung des Chiron im Horoskop. Die Zentaurin, die Pferdemänner, waren eine eigene Gattung der Fabelwesen in der griechischen Mythologie. Sie galten als sehr wild, raubten gerne Frauen und benahmen sich im Allgemeinen unmöglich. Sie waren also nicht besonders beliebt. Aber Chiron war zwar äußerlich auch ein Zentaur, hatte aber eben diese göttliche Abstammung und gehörte gar nicht zu diesen wilden Horden. Das ist ein weiteres wichtiges Chiron-Motiv. Man gehört nirgendwo so richtig dazu. Trotz all dieser schwierigen Voraussetzungen entwickelte sich Chiron zu einem Weisheitslehrer und bildete die Göttersöhne und Helden aus, darunter auch den berühmten Herkules oder griechisch Herakles. Diese Mythologie wurde in den Hollywood-Filmen um Percy Jackson wieder aufgegriffen. Da spielt Chiron, dargestellt von Pierce Brosnan, auch mit. Könnt ihr euch ja mal anschauen, ist sehr unterhaltsam. Jetzt kommt der entscheidende Teil des Mythos. Chiron wurde während einer Kampfhandlung von seinem eigenen Schüler Herkules versehentlich mit einem vergifteten Pfeil getroffen. Und diese Wunde brachte ihm andauerndes Siegtum. Er war vergiftet, aber das Gift konnte ihn nicht töten, weil er als Halbgott unsterblich war. Er war zwar ein großartiger Heiler, der anderen immer helfen konnte, aber sich selbst konnte er trotz all seiner Heilkunst nicht heilen. Und da erkennen wir das Motiv des verwundeten Heilers, das dann Eingang in die Deutung von Chiron im Horoskop fand. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Chiron suchte aufgrund seiner Qualen nach Erlösung und fand sie schließlich, indem er sich für einen anderen Unsterblichen, nämlich Prometheus, opferte. Prometheus hatte die griechischen Götter herausgefordert, indem er den Menschen die Fähigkeit zum Feuermachen beigebracht hatte. Damit hatte er sie ein Stück weit aus der Abhängigkeit der Götter erlöst und sie auf den Weg der Eigenständigkeit und der Entwicklung gebracht. Das hatte ihm Göttervater Zeus so übel genommen, dass er ihn zu einer ganz schlimmen Strafe verurteilte. Er wurde an einen Felsen gekettet und jede Nacht kam ein Adler und fraß von seiner Leber, die immer wieder nachwuchs. Prometheus gehörte zu den Titanen und war göttlicher Natur. Deshalb konnte er trotz dieser Tortur nicht sterben, genau wie Chiron. Zeus hatte in seinem Urteil verhängt, dass Prometheus von dieser Strafe nur erlöst werden konnte, indem sich ein anderer Unsterblicher für ihn opferte. Chiron ging also zu Zeus hin und bot ihm an, dieses Opfer zu übernehmen und an Prometheus' Stelle zu sterben. Das bedeutete übrigens, dass er zu Hades, dem Gott der Unterwelt hinabsteigen würde und Hades kennen wir im Horoskop als Pluto. Zeus nahm das Opfer an, war aber so angetan von der Größe dieser Geste, dass er Chiron aus der Unterwelt entließ und als Sternbild am Himmel verewigte, nämlich das Sternbild des Zentauren. Viele Motive der Chiron-Deutung speisen sich aus den mythologischen Quellen. Der Außenseiter, der sich vom Ausgestoßenen zum Weisheitslehrer entwickelt, der geniale Heiler, der sich selbst aber nicht helfen kann und sich schließlich opfert, um Erlösung zu finden. Deshalb betrachten wir Chiron im Horoskop als wunden Punkt, als die Stelle, wo wir eine besondere Schwäche haben und gleichzeitig das größte Potenzial, uns zu wahrer Weisheit zu entwickeln. Mit hineingewoben ist aber auch die Bedeutung von Chirons astronomischen Besonderheiten, seine Position als Grenzgänger zwischen den Bahnen von Saturn, dem Planeten der Grenzen und der Tradition, und Uranus, dem Planeten der Erneuerung und der Rebellion. Dazu kommt der Fakt, dass Chiron sowohl ein Planetoid ist, als auch Signaturen eines Kometen aufweist. Auch hier haben wir wieder dieses Motiv des Wandlers zwischen den Welten. Ich zeige euch das mal am Beispiel meines eigenen Horoskops. Ich habe Chiron direkt am MC stehen, in den Fischen, also ist mein Lebensziel ganz direkt mit Chiron verbunden. Bevor ich Abitur machte, wollte ich Wissenschaftsjournalistin werden. Ich wollte sowas machen, wie Ranga Yogeshwar in seiner Sendung Quarks und Co. Und ich war eine ziemlich gute Schülerin. Aber nach meinem Abitur entdeckte ich plötzlich meine wilde Seite. Ich wollte nicht mehr die Schulbank drücken und keine Universität von innen sehen. Ich hatte auch ein ziemliches Talent für Malen und Zeichnen und studierte dann freie Kunst an der Fachhochschule Köln, wohl vor allem, weil das Wort frei drin vorkam. Dann fand ich den Quereinstieg in die Medien und landete beim WDR und später bei RTL. Aber während der ganzen Zeit war ich innerlich unzufrieden und suchte nach etwas, was mein Bedürfnis nach Wissenschaft, Erkenntnis, Kunst und Freiheit gleichzeitig abdecken würde. Und das fand ich dann in der Astrologie. Und in gewisser Weise habe ich für den Weg der Astrologie eine potenziell sehr bequeme und angenehme Fernsehkarriere geopfert. Aber die Inhalte beim Fernsehen, speziell bei RTL, wo ich auf Umwegen gelandet war, konnten mich einfach geistig nicht befriedigen. Und jetzt habe ich die Situation, dass ich genau das tue, was ich liebe und unglaublich interessant finde, nämlich eben als professionelle Astrologin zu arbeiten. Ich habe also mein Ziel erreicht. Aber ich muss erleben, dass die Astrologie in der Gesellschaft nicht wirklich anerkannt ist und von vielen als Humbug belächelt wird. Ich leide da schon drunter, das muss ich ehrlich sagen. Und das ist die Chiron-Wunde. Auf der anderen Seite bin ich super glücklich, dass ich mit YouTube das ideale Medium gefunden habe, um mich auszudrücken und diejenigen Menschen zu finden, die das zu schätzen wissen, was ich tue. Aber ich bin ja nun mal auch Steinbock und da legt man Wert auf seine gesellschaftliche Stellung. Mir wäre es schon lieber, wenn die Astrologie in ihrer Relevanz und ihrer Komplexität und ihrer historischen Dimensionen mehr Anerkennung finden würde. Ich meine, ist doch zum Beispiel kein Problem an der Uni, Religionswissenschaften oder Sprachwissenschaften oder Philosophie zu studieren. In die gleiche Kategorie fällt meiner Ansicht nach die Astrologie. Trotzdem wird sie heftigst bekämpft. Vermutlich, weil viele Menschen auch Angst davor haben, es könnte doch was dran sein. Denn das hieße ja, dass sie sich damit auseinandersetzen müssten. Ich würde sagen, dass Chiron in meinem Horoskop meinen Entwicklungsweg ziemlich genau beschreibt. Ein weiteres typisches Chiron-Dilemma ist für mich, dass die Astrologie ein sehr anspruchsvolles Wissensgebiet ist, für das man sehr viel lernen und sich ungeheuer konzentrieren muss. Vergleichbar durchaus mit Naturwissenschaften wie Mathematik und Physik. Trotzdem werde ich als Astrologin von vielen schräg angeguckt und gerade meine Intelligenz wird bezweifelt. Es ist auch immer wieder schmerzlich für mich, wenn Leute, die ich selber gut finde, mein heißgeliebtes Wissensgebiet pauschal ablehnen. Wie zum Beispiel Eckart von Hirschhausen, den ich sehr bewundere. Sein ganzes Leben ist eine einzige Beweisführung für die Tugenden seines Sternzeichens Jungfrau. Er arbeitet für die Gesundheit, er setzt sich ein, er hat Humor, weil er unglaublich schlau ist und er hat Stiftungen gegründet, er hilft und es geht immer wieder um das Thema Gesundheit. Also typischer Jungfrau geht es fast gar nicht. Trotzdem macht er sich gern über die Astrologie lustig. Und da gibt es noch einen interessanten Bezug zu Chiron. Der kleine Himmelskörper braucht exakt 50 Jahre und 5 Monate, um an die Geburtsposition im Horoskop zurückzukehren. Das ist der Chiron-Return. Damit beschreibt er einen äußerst wichtigen Einschnitt in unserem Leben. 50 werden ist eine große Zäsur und Chiron ist der einzige Himmelskörper, der diese wichtige Erfahrung und ihre gesundheitlichen, psychologischen und kulturellen Konsequenzen beschreibt. Als Eckart von Hirschhausen 50 wurde, thematisierte er das sehr stark. Er sprach überall darüber, wie er jetzt nachdenklich geworden sei und fing an, sich mit den Problemen und Potenzialen des Altwerdens zu beschäftigen. Sein aktuelles Programm heißt Endlich und befasst sich mit der Endlichkeit des Lebens. Das ist genau das Thema des Chiron-Returns. Mit 50 wird uns klar, dass der größere Teil des Lebens jetzt hinter uns liegt und der Countdown nach unten zählt. Wir wussten irgendwie immer, dass wir nicht unsterblich sind, aber jetzt wird es auf einmal spürbar und rückt verstärkt ins Bewusstsein. Und Chiron wird ja heutzutage der Jungfrau auch als Herrscherplanet zugeordnet. Hirschhausen als Sternzeichen-Jungfrau befindet sich also sehr stark in Resonanz mit den kosmischen Konstellationen, will aber davon natürlich nichts wissen. Da schmerzt bei mir die Chiron-Wunde. Ich werde nie erleben, dass die Astrologie die Anerkennung erfährt, die ihr zusteht. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe mir mehr als einmal selbst die Frage gestellt, warum ich nicht den einfachen Weg des TV-Stars weitergegangen bin. Damals habe ich wesentlich mehr Geld verdient und mein Gehirn wesentlich weniger anstrengen müssen als heute. Das ist auch typisch für Chiron am MC. Sein Leben lang zweifelt man immer wieder, ob man den richtigen Weg und das richtige Ziel gewählt hat. Übrigens habe ich kurz nach meinem Chiron-Return angefangen, meinen YouTube-Kanal aufzubauen. Und mein Erfolg hier auf YouTube und ihr als Zuschauer, die mir so viel gutes Feedback geben und die tollen Menschen, die zur Beratung zu mir kommen und selbst außergewöhnliche Lebensentwürfe haben und oft genug auch selbst als Evolutionsagenten unterwegs sind, geben mir die Kraft, diesen Weg weiterzugehen. Denn mit Chiron am MC kann man sich nur selbst erfinden. Da gibt es keinen Bachelor und keinen Master, den man da studieren kann. Dank meiner Recherche für diesen Beitrag habe ich ja jetzt den passenden Namen dafür gefunden. Ich bin eine Evolutionsagentin und das ist gut so. Was bedeutet es nun, wenn der Chiron 2018 ins Zeichen Widder eintritt? Dieser Übergang läutet eine Phase der Transformation ein. Dass Chiron direkt nach der Neumondphase das Zeichen wechselt, ist ein wichtiges kosmisches Zeichen dafür, dass wir in der Heilung unserer gesundheitlichen Probleme neue Wege gehen und wichtige neue Impulse erhalten werden. Der Widder ist das Pionierzeichen und mit Chiron im Widder dürfen wir damit rechnen, dass Pioniere der Medizin und auch der alternativen Heilkunde in den nächsten Jahren auf sich aufmerksam machen. Auf der weltlichen Ebene bedeutet es, dass wir Fortschritte machen werden, wenn es darum geht, unseren Planeten zu heilen. Das sind allerdings Fortschritte, die hart erkämpft werden müssen. Das wird kein Spaziergang, denn in den kommenden Jahren wird Chiron hier schwierige Aspekte zu Saturn und Pluto bilden, die im Steinbock stehen. Das heißt, konservative Kräfte und geldgierige Medizinkonzerne werden sich dagegen zur Wehr setzen, dass alternative Methoden anerkannt werden. Ich befürchte auch, dass es hier in Deutschland verstärkt Konflikte um das Heilpraktikergesetz und die Heilpraktikerausbildung geben wird, die von den etablierten Medizinern zunehmend kritisch gesehen werden. Und ignorante Politiker wie Donald Trump werden weiterhin Probleme wie den Klimawandel leugnen und denjenigen Steine in den Weg legen, die sich ernsthaft um eine Verbesserung für unseren Planeten bemühen. Trotzdem glaube ich, die Kräfte der Erneuerung sind nicht aufzuhalten. Und jeder Einzelne, der als Heiler und Evolutionsagent unterwegs ist oder sich für die Heilung des Planeten einsetzt oder beides, ist jetzt gefragt. Außerdem wird es mit Chiron im Widder, der ja auch für das Ego steht, auch darum gehen, dass wir auf dem Weg weiter vorankommen, unsere kleinen egoverhafteten Wünsche und Ziele hinter uns zu lassen und uns mit unserem höheren Selbst zu verbinden. Wie das vonstatten geht, das hängt natürlich sehr von Chirons Position im persönlichen Horoskop ab. Im zweiten Teil des Specials werde ich ja auf die Aspekte von Chiron zu euren Sternzeichen eingehen. Aber er kann natürlich noch viel mehr Aspekte im persönlichen Horoskop bilden. Wenn ihr euch ernsthaft für die Auswirkungen von Chiron in eurem Geburtshoroskop interessiert und wenn ihr selbst als Heiler und Evolutionsagenten unterwegs seid, dann solltet ihr euch eine Beratung zum Thema Chiron gönnen. Aus Anlass des Chiron-Transits habe ich ein Geschenk für euch, nämlich meine neue Chiron-Beratung. Das ist eine spezielle Kompaktberatung, die dauert 30 Minuten und darauf bekommt ihr 30 Prozent Rabatt gegenüber der normalen Kompaktberatung und dazu erhaltet ihr noch kostenlos einen Mitschnitt als MP3, damit ihr noch lange was davon habt. Unten in der Videobeschreibung und bei dem Podcast in den Shownotes findet ihr einen speziellen Link, der euch zu dieser Beratung führt und nur dort. Und dann habt ihr eine halbe Stunde exklusiv mit mir, um alles über die Bedeutung von Chiron in eurem Horoskop zu erfahren. Der Rabatt gilt einmal pro Person und nur in Kombination mit der Chiron-Beratung. Ich hoffe, dieses Geschenk gefällt euch. In meinen Webinaren über Chiron erfahrt ihr auch mehr darüber, was Chiron in den einzelnen Häusern bedeutet und wie man mit Chiron-Transiten am besten umgeht. Diese Webinare sind auch für Kollegen gedacht, die mit dem Horoskop arbeiten und da gebe ich euch auch Tipps, wie ihr eure Klienten auf der Basis der Chiron-Transite beraten könnt. Die aktuellen Termine verlinke ich hier auf der Infokarte für euch. Ja, das war Teil 1 meines Specials über Chiron. Im zweiten Teil gehe ich auf eure Sternzeichen ein, dann schauen wir uns an, welche Entwicklungschancen und Herausforderungen der Chiron-Transit durch den Widder für euch bereithält. Der zweite Teil wird Mitte April online gehen. Falls noch nicht geschehen, abonniert doch meinen YouTube-Kanal. Das kostet gar nichts und ihr werdet automatisch benachrichtigt, sobald ich das Video hochgeladen habe. Ich habe noch einige schöne weitere Specials für euch über Saturn, Lilith, Jupiter und den Mondknoten. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut doch mal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.